Wo kommt denn der jetzt her, Alter? Krass. So, wiederbeleben. Da ist auch noch einer wiederbeleben. Okay, der ist komplett weg. Ja, also entweder ist hier zu wenig Munition drin, oder? Weil das sind die Sniper da hinten. Ich treffe die eigentlich auch, aber so, der ist weg. Gucken wir uns den nochmal an. So, äh, ich mach mir mal einen Punkt. So, und dann machen wir wieder den Jumper. Den Jumper ins Ungewisse. Da unten ist es aber auch schon, ne? Also so einen großen Jumper muss ich da gar nicht machen. Weil wir sind auch gleich schon da. So. Wir sind da. So. Moin. Ich weiß, was du denkst. Sie hat den Körper einer 30-Jährigen, aber das Gesicht eines Hodens, der dran in der Sonne lag. Okay. Aber ob du es glaubst oder nicht, ich bin die beste Schützin, die es auf diesem beschissenen Planeten noch gibt. Du kannst mich Nana nennen. Nana? Wenn du dich versuchst, der dir hilft, diesen nichtsnutzigen Highwaymen eine Lektion zu erteilen, dann bin ich dabei. Alles klar. Aber ich helfe dir nicht einfach so. Ich hab hier draußen einen Schießstand aufgebaut, um fit zu bleiben. Zeig mir, was du drauf hast. Beeindruge mich und ich komme mit, wenn du diesen maskierten drei Käse hochst, die Leviten liest. Okay. So. Dann sag mal an hier. Krähenfüße, Adler, um die Mission. Let's go. Let's go, let's go. Begib dich zur Scharfschützenstellung. Dann müssen wir wahrscheinlich ein bisschen scharfschützen hier. Schieße auf die Helme. Schieße auf einen beliebigen Helm, um Runde 1 zu beginnen. Aber doch nicht mit der Waffe, oder? Das hier. Na, wenigstens leuchten die Teile. So. Ach so, ich muss noch mehr Helme treffen. Ja, moin. Halt. Sieben. Junge, der braucht ja 100 Jahre zum Nachladen. Acht. Tja, wo ist denn jetzt noch einer? Ach, da ist noch einer. Acht. Neun. Einer fehlt noch. Ich kann mich gar nicht bewegen. Wo ist denn noch einer? Ach da, guck mal. Ja, knappe Sache. Knappe Sache. Ja. Junge, was ist denn hier los? Wir fahren hoch und runter. Wieder 10 Stück? Alter, wie soll ich denn das packen? Ist ja bescheuert, dass die hoch und runter waren, Alter. Na, komm schon. Drei. Vier. Fünf. Hier da hinten. Ja, die Hälfte ist geschafft, Alter. Da muss ich aber mal hier ein bisschen... Ich treffe den nicht. So. Oh, boy. Wie viel habe ich denn noch? Ja, ich habe eigentlich noch genug Zeit. Das passt schon. Zack. Zack. So, einen noch. Hier direkt von meiner Nose. Zack. Sprich mit Nana. Ja, ich bin Pro-Gamer, Alter. So. Oh, boy. Du würdest nicht glauben, wen ich alle schmieren musste, um an das Helium zu kommen. Beeindrucke mich und trifft die Ballons, während sie aufsteigen. Okay. In all den Jahren, seit der ganze Scheiß hochgegangen ist, bin ich die Einzige, die alle geschafft hat. So. Begib dich zur zweiten Scharfschützenstellung. Wie komme ich denn da hoch, Alter? Hier. Hier hin. Da bin ich ja mal gespannt, was jetzt da für Luftballons kommen, ey. Wie viel brauche ich? Zehn. Geht doch. Das muss ich schon wieder runter. Ach, da ist sie ja. Hast du nicht mitgerechnet? Das war echt gut. Ja. In dir brennt ein Feuer, keine Frage. Und wenn man mit einer offenen Flamme rumläuft, gibt schnell mal einen Waldbrand. Wie wär's mal mit was Kniffligerem. Flieb mit schießen Ballons und Helme nicht zurück, oder? Oh Gott. Komm ihr das mal hier. Wo soll ich hin? Oh Gott. Überlebe den Angriff. Ja, das ist halt... Das ist halt mega beschissen jetzt schon wieder. Weil da muss wirklich jeder Schuss muss da sitzen, Alter. Also entweder du machst da ein Headdy, oder... Oder das wird nix, ne? So. So. Oh Gott. Guck mal, da hinten ist ein Sniper. Der muss zuerst weg. Aber ich seh den nicht. Oh, schon wieder leer, ey. Zeig dich. Also, das ist ein Riesenkaliber, aber irgendwie... Wolle die nicht so, wie ich will. Kommt denn der jetzt her, Alter? Krass. So, wiederbeleben. Da ist auch noch einer, wiederbeleben. Okay, der ist komplett weg. Ja, also, entweder sind zu wenig... Ist hier zu wenig Munition drin, oder? Weil das sind die Sniper da hinten. Ich treff die eigentlich auch, aber... So, der ist weg. Gucken wir uns den nochmal an. Scheint hinterm Baum zu stehen, oder so. Keine Ahnung. Können wir nochmal nach hinten gucken? Weiß nicht, der muss irgendwie hinterm Baum stehen, ne? Okay, der ist down. Fertig? Äh, noch nicht ganz. Das ist einfach zu krass, Alter. So, jetzt. Jetzt war's das. Na, Halleluja, ey. Halt. Wollt ihr den eigentlich nur durchsuchen? So. Was ist ja... Was war das denn jetzt schon wieder? Geht's weiter? Was ist denn da unten los? Sprich mit dem Verbündeten. Ja. Immer noch nicht fertig. So, können wir jetzt nochmal reden? Ja, jetzt können wir nochmal reden. Alter. Aber eine Übung ist doch einfach. Ziele, die sich kaum bewegen, sind ein Kinderspiel. Naja, komm. Also jetzt bewegliche Ziele. Laute, super, blutrünstige, respektlose Halunken. Das sind echte Ziele. Okay. Du? Du bist schlau, scharfsinnig und schnell im Schießen. Tolle Kombination für eine junge, nette Person wie dich. Das sieht man nicht alle Tage in diesen komischen, staubigen Zeiten. Hier draußen braucht man immer jemanden, der auf einen aufpasst. Selbst ich, alle Jubiläare mal. Junge, was labert die denn, ey? Ich kümmere mich um dich, Herzchen. Vielleicht sammle ich noch ein bisschen Highwayman-Haut für meinen neuen Kind. Ja, man weiß nie, ob ich's ernst meine, hm? So, fertig? Jetzt. Krähenfüßel-Adler-Augen abgeschlossen. Halleluja, ey. Wahnsinn, ey. Also manchmal dauert es echt 100 Jahre hier. Die haben sich hier auch alle gegenseitig gekillt? Irgendwer hat Nana rekrutiert, um gegen uns zu arbeiten. Nana ist echt kaltblütig. Hattet auf, sie will für uns arbeiten. Scheiße. Okay. 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 完